Ein Mann findet ein Haus auf einer verlassenen Insel und ist schockiert, was er vorfindet, als er in das Haus eintrat. Thomas war immer auf der Suche nach Abenteuern gewesen. Sein Drang, das Unbekannte zu erkunden, hatte ihn schon an viele seltsame und geheimnisvolle Orte geführt. Doch nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was ihn auf dieser verlassenen Insel erwartete. Es war ein strahlend klarer Morgen, als er seine kleine Yacht an einem einsamen Strand anlegte. Die Seekarte, die er in einem staubigen Antiquariat gefunden hatte, hatte ihn zu dieser abgelegenen Insel geführt, weit ab von jeglicher Zivilisation. Die Insel war von einer seltsamen, fast magischen Stille umgeben. Und als er seine ersten Schritte in den dichten Dschungel machte, spürte er, wie seine Aufregung wuchs. Stundenlang kämpfte er sich durch das dichte Unterholz, kletterte über umgestürzte Bäume und durchquerte kleine Bäche. Die Geräusche der Natur umgaben ihn, doch etwas fühlte sich seltsam an, als ob die Insel selbst ihn beobachtete. Schließlich, als die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hatte, stieß er auf eine Lichtung. Vor ihm erhob sich ein altes, verfallenes Haus, das von Ranken und Moos überwuchert war. Es stand einsam und verlassen inmitten der üppigen Vegetation. Ein unheimliches Gefühl beschlich Thomas, doch seine Neugier trieb ihn voran. Mit klopfendem Herzen näherte er sich der verfallenen Tür. Seine Hand zitterte leicht, als er sie gegen das verwitterte Holz legte. Mit einem leisen Quietschen schwang die Tür auf und gab den Blick in das Dunkel des Inneren frei. Thomas trat über die Schwelle und sofort umfing ihn der modrige Geruch von Verfall und Feuchtigkeit. Sein Atem ging schneller, als er den Lichtkegel seiner Taschenlampe durch den Raum gleiten ließ. Das, was er sah, ließ ihn erstarren. Die Wände des Hauses waren mit alten Fotografien bedeckt, Bilder von ihm selbst, aus allen Phasen seines Lebens. Er trat näher und betrachtete die Fotografien ungläubig. Wie war das möglich? Wer hatte diese Bilder gemacht und warum? Plötzlich knackte eine Dielenplanke hinter ihm. Thomas wirbelte herum, das Herz bis zum Hals schlagend. Im schwachen Licht sah er eine dunkle Gestalt am Ende des Flurs, die langsam auf ihn zukam. Eine leise, aber eindringliche Stimme erklang. Willkommen zu Hause, Thomas! Die Worte halten in seinem Kopf wieder, als die Gestalt ins Licht trat und das Gesicht eines alten Mannes offenbarte. Ich bin der Hüter dieser Insel und du, Thomas, bist auserwählt, mein Erbe anzutreten. Thomas' Verstand raste. Warum er? Was bedeutete das alles? Doch bevor er weitere Fragen stellen konnte, begann der alte Mann, sich aufzulösen wie Nebel im Morgenlicht. In seinem letzten Atemzug flüsterte er, die Antworten findest du im Keller. Mit zitternden Händen öffnete Thomas die Luke, die zu einer Treppe in die Dunkelheit führte. Er zögerte nur einen Moment, bevor er hinabstieg. Der Keller war kalt und feucht und der Geruch von Schimmel lag in der Luft. Im fahlen Licht seiner Taschenlampe entdeckte er einen alten Schreibtisch, auf dem ein dicker in Leder gebundener Wälzer lag. Er schlug das Buch auf und fand darin eine Geschichte, die seine eigene war. Jedes Detail seines Lebens war hier niedergeschrieben. Doch die letzten Seiten waren leer. Unter dem letzten Eintrag fand er eine Notiz. Mit pochendem Herzen und einem Gefühl des Unvermeidlichen begann Thomas zu schreiben. Und während er schrieb, verstand er, dass sein Schicksal untrennbar mit der Insel und ihrem Geheimnis verbunden war. Die Vergangenheit und die Zukunft verwoben sich in den Seiten dieses Buches und Thomas wusste, dass er die Insel nie wieder verlassen würde. Er war nun der Hüter der Insel und das alte Haus sein ewiges Zuhause.